Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Dom und heute leite ich ein, ihr habt es euch ja gewünscht im Community Tab und darüber abgestimmt, die Videoserie über die Chum-Q-Form. Ha, die Chum-Q, die zweite Form im Wing Chun System, die ohne Waffen oder Hilfsmittel gelaufen wird, die Chum-Q-Form. Und ich zeige euch in dieser Videoserie alle sechs Sätze, also bei uns unterteilt die sich in sechs Sätze und erkläre euch die Bewegungsabläufe. Ich spare mir die Anwendungsbeispiele, damit die Videos nicht so lang werden. Jetzt geht es aber erstmal darum, eurem Wunsch gerecht zu werden, einfach mal die Bewegungsabläufe durchzuführen. Ich erkläre auch so ein bisschen, wie die Bewegungen laufen. Und ja, es gibt ja schon eine Videoserie. Überraschung, Überraschung, aber nicht über die Chum-Q-Form, sondern über die Sindem-Tau. Und wenn du die noch nicht kennst, guckst du dir die jetzt erstmal als erstes an, die Videoserie über die Sindem-Tau. Und dann sehen wir uns bei der Chum-Q-Form. Und hier oben ist für dich die Videoserie über die Sindem-Tau. Wir sehen uns beim nächsten Video. Brauchst du noch Equipment zum Laufen der Form? Spaß beiseite. Unten in der Videobeschreibung findet sich ein Link, da gibt es Prozente DOM15 als Code. Bis gleich!